Hey Leute, jetzt wieder ein neues Video von W.O.T. oder Let's Play World of Tanks Random Runden Zeugs. Hier ist immer noch der tolle Hangar am Gammel, aber hier gibt's leider jetzt nix mehr in Rabatten und so. Naja, wir fahren jetzt erstmal mit meiner neuesten Errungenschaft. Naja, die Errungenschaft sind noch der hier, der hier und der hier und der hier. Die können wir nur noch auf dem D, hatte ich vielleicht noch nicht mal gesagt. Komm, erstmal mal mit dem E75. Ah, da ist schon direkt ne neue, wechangete Map. Heiliges Tal. Heilige Scheiße. Ah, gut. Da muss ich wieder tot. Ein bisschen lächig. Aber das ist auch nicht so schlimm. So. Auf geht's. Jetzt. Ich wollte ja sehr beliebt zu sein. Jetzt müssen wir hier eine Grafik machen. Das hier geht's noch nicht. Das hier geht's noch nicht. Ich muss jetzt mal direkt ein paar Ingesen nehmen. Ich muss diesmal ein anderes Modpack drin. Aber, was mich jetzt erstmal gewundert hat, äh, gestern, das war am 4.8. Äh, fast den ganzen Tag lang, XVM, die Webseite, die hat nicht richtig funktioniert, weil da irgendwann mal das Hörer war. Das heißt, der gesamte XVM-Gedöns hat, äh, nicht funktioniert. Einfach gesagt. Mehr gesagt. Das hier geht's noch nicht so. Das hier geht's noch nicht so. Ja, ich habe den Geist aufgehoben. Das hier geht nicht vor allem. Aha. Tja, ich habe einen Bounce aber gekriegt. Und schon. Hm, ja, gut ist das jetzt. Wo will der wohl hin? Geh wir da rüber. Dann werd ich die Togleichen empfangen geben. Da ist ne verdammte Jesu und die brauchen schon knapp. Eige Scheiße. Du fahr woanders hin. Dreh dich um und fahr woanders hin. Och nee. Nööööööö�nn Naja war jetzt nicht so schlau Und warum... ist die Damage? Oh mein Stämme ist doch blockatrend Der jetzt kommt... der ist nicht hin, ja Sie kann jeden Moment reißen! Der ging voll durch ihre Panzerung! Schnell los das Feuer! Der Motor hat keine Leistung mehr! Wir haben das... Hat sich richtig gelohnt! Raus hier! Diese Feuerlöscher zu benutzen... Boah, da steht Foch drauf! Boah! Cool! Da ist ein Foch und da steht Foch drauf! Wie unerwartet! Wie unerwartet! Der... Wenn man sie ziemlich schwer schon verloren hat! Und da hat er von der Artigen gefressen! Und da war ein T590! Und der T550 seine Seite abgeprallt! Weil er so schlau ist! Ach, da ist es wieder so gut zu wissen! So gut! Die sieht echt interessant aus! So vordern! Dass man dann schaufeln kann! Jetzt kann man auf die ganze Map gucken! Und alles nix snipen! Das ist ja auch nicht overpowered! Oder so! Hup! 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 damen Und da haben wir Hallo allen Fluss verloren! Können wir uns ja noch angucken und den Todesstellen hier alle weg образet HEX Hup! Komm schon mal wieder давайasern! Äh, mach alles kaput! Und... Ich war ja... ich war ja so und so und so... Äh, so und 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 so... Oh! Der Wolf und die Mutter ist weggemacht. Gegner! Oh, jetzt fließt der aber... die und die 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 60 mit der Nummer 61 die die Ich kann das bitte schon halten. Die Gleichgewicht funktioniert bei denen aber irgendwie nicht. Oh, das war knapp. Und du gammelst da immer noch rum. Wie, du nur keinen tust. Und weil das ein Desaster war, kann man es ja gleich noch machen. Lass Desaster 2 probieren. Neuner Match. Das ist schön schnell innen, damit dieses Video einen sinnvollen Inhalt hat. Ah, der ist der schönste Ton der Welt. Der ist Doktor von Panker 2. Iiiiih, ist der egal. Das ist sehr hässlich. Ah. Der Wilder ist. Der hat den Film doch keiner sehen. Ja, du bist so wunderschön. Ja, das Doktor ist so wunderschön. Äh, ich wollte sagen, wunderschön. Rüberfahren. 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 Denn da ist ja irgendwie nix von unserem Team. Ein WZ und ein Brot. Und ein M43 oder 40. Entfernen ist so wunderschön. Hey, Freunde. Du musst auf ihn zu brechen. Dann muss wieder kurz sein. Äh. Äh. Wir sind bewegungsunfähig. Wir kommenstreffer. Au. Au. Oh shit. Der Motor und Aussetzer. Kette wiederfunktionssichtig. Los geht's. Nein, 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 nein. Cool. Wie schnell zur Hölle lädt dieses Drecksding nach? VTF? Nächstes Desaster, wie schön. Hätte auch besser laufen können. Hätte. Ist aber nicht. Das heißt, wir spammen jetzt Gold-Money. Aha, ja, ist hier schon mal was. Gut, es wird schmecken. Bis auf die KV1, das Tier und die Stuck. Und vor allem die verdammte Drecksarty. Hier in T14. Jetzt stelle ich mir vor, dass der Knabberkram ist. Hey Knabberkram, fahren wir im Zug T14 und Excelsior. Ja! Und die haben einen T18. Das ist so rustig und schwul. Hier soll ich mich hören. Vielen Dank, ich selbst. Gut, dack. Äh, Lack. Doch nicht absichtlich gesagt? Nein, das doch nicht. Quatsch! RLLRM, RMM RFF, RRM. RRST. Warum ich bin so schnell? Zumindest das Ding hat einen PS. War das 600 oder so? Entschuldigung. Gut was auf dem Kasten hier. PS mäßig. Not-Fahrrad-Kette. Oh, das ist ja ein toller. Ich bin auch Not-Fahrrad-Kette. Ich bin nicht echt glücklich. Not-Fahrrad-Kette. Welche Informationen über das kleine hässliche Ding, was da unten umgabbelt. Im Film Stuart, der wird... Kann gut sein, in 9.3 im Überblick. Der kriegt dann nicht mehr diese 7-Fünfer und dann im offenen Tor. Aber dafür wird die, ähm... Kleine Puppe-Kanone, die es auch auf dem M5-Spurhart gab... Äh... M3. Sorry. Ein Fehler. Ähm... Wird geändert zu einer anderen Version davon. Das ist ein Autoloader. Ein Autoloader. Er hat irgendwie Setzschuss drin oder so. Ja, komm, ich will mal ein bisschen mehr Schaden in Return machen. Wann bin ich überhaupt der einzige Heavy hier? B1 kann man ja nicht wirklich als... Das ist einfach nur Baguette-Laster. Ja... Jetzt kommt schon... Der Spaß ist... Was ist das... Du bist der Dreck-Sack, okay... Du musst dich nicht in die Luft sprengen mit deiner Wühne, hey je. Super Teamwork! Naja, dann ist er abgeprallt. Oh, hallo! Ich will noch eine Ketten! Oh, das ist schön! Wie süß! Wer hätte auch so genug durchlaufen, um durch meine Seite zu kommen? Oh nein, der schießt direkt hier! Wart doch sonst! Nee! Gold ist immer der bösen! Ja! Käptchen, die du mal wackelst! Man kann es sich nur anhören, wenn man schaden kriegt und schießt und schaden kriegt und weiter schießt, das ist die ganze Zeit! Okay. 3 3 4 4 4 3 4 jetzt nur auf die reihe vielleicht auch nicht mit dem Ding jetzt yeah E7,5 Power ne hast du 75 wie kannst du schon wieder das sagen weil ich kann ja, 3-artiges zu töten schon mal trotteln aber trotzdem das liegt keine Ahnung kann ich so sprachlich mal übersetzen hm, was könnte das sein überlegen, überlegen, überlegen wahrscheinlich legen wir los ja 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 hey ne ja 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 Ich habe einen Blatt für dich. Ich habe einen Blatt für dich. Jetzt ins Blatt, bin ich mir hier aufbeben. Ich habe einen Blatt für dich. Es ist nicht so, wie ich mich machen will. Es ist ein Blatt für dich. Ich bin ein Blatt für dich. Was du denn? Ich bin ein Blatt für dich. Ich muss mich nicht mehr da, was ich alles war. Ich kann mich nicht mehr davon aus. der Schweren. Aber dann kann ich das so sagen, da kann ich den Käppern und so weiter. Bieb, Bieb, mal sehen, der will den da. Das will auch nicht nur sein. Oder ist ein Jaffer? Lecker, lecker! Ein Jaffer, ich will den töten. Oder zumindest zwei Drittel von seiner Hobby wegnehmen. Das immer schon. Jetzt muss doch keine Hände laufen. Kannst doch nicht mehr existieren, ne? Oh, wer hier ist. Das ist doch immer ein ganzes Ding. Das ist aber hier wie... Das ist doch nicht alles. Ah, wie schön, der Turm ist weggeflogen. Das ist aber ein süßes Ding. Mit ein toller Radieton des Moranis. Und da ist ein Konkliero. Ein Ero. Also, ich kann ruhig mal vor. Das ist gut, wenn... Es gibt ja keine Fähigkeiten. Hier, dann... Und dann... Und dann geht's weiter. Das heißt, er hat einfach AFKs. Das heißt, es gibt tonnenweise... Free Damage. Der ist doch nicht AFK. Oh. Gegegnerisches Fahrzeug ausgeschlosset. Ach kein Tor. Ah, danke. Dela deada Bien, Dela deada Gooda deada Olivia, Link, Dela deada disease. knotla... So, so... BAM! Fünft Abend, zwei- N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n, Drecksnotty- Feuererlaubnis erteilt! Ich sehe nicht mehr! Boah und ich hab mich extra gedreht. Hab' mir gedreht? Das ist voll anstrengend. Marder, wolltest du ein Marder schreiben? Erstmal nur Carb. Däh. Hubschuss. Und schon müssen sie nur aufklären, dann krieg ich jede Menge Spotting damit. Na, wo bin ich denn denn auf einer kleinen T4 um 30? Tja, bist du denn? Ja, fein, da ist er ja nicht. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung! Ich hab ne witzige Nummer 2, oder? Sie ständig. Vier, drei, zwei, eins. Ah, ich hab auch nicht vergessen. Ah, Brille! Kannst nicht mal! Jetzt kommt aber hier... Was? Diese Trottel. Sind die dumm? 2999. Schaden gemacht! Wieso haben wir die Capstone noch nur noch 2 Minuten lang leben? Das ist doch dumm! Das ist doch gut gemacht! Ist immer der Guck, wer nur One-Shot hat. Ja, das hast du echt verdient. Also hier, Moskal-Lieber. Kannste halten. Ich fern damit ja nicht. Watt, nur so wenig hat mal keinen Sinn. Ich fern damit. Einem Durchschlag. Jo. Da war doch mal was Besseres. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben! Und wenn nicht, dann ist es mir das so egal. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!